Ich bin Geschäftsführer und Vater von zwei Kindern und trotzdem schaffe ich es, einige Bücher durchzulesen und viele Podcasts zu hören. Bei den Büchern mache ich es so, dass ich sie als E-Book mir anhöre und so sehr, sehr viel Wissen aufsauge über eben Audiobooks und Podcasts. Meiner Meinung nach also gibt es keine Ausrede, zumindest sagen wir mal als Techie, sich so gewisse Soft Skills anzueignen. Natürlich alles begrenzt, ja für viele Sachen muss man Kurse belegen, aber es gibt so viele Top-Podcasts, mal nur OMR als ein Beispiel für sehr viel Inspiration. Und Bücher gibt es natürlich ellenlange, viele, wo man sich so Business-Wissen aneignen kann. Also es gibt keine Ausreden, sowas wie ich habe keine Zeit, gibt es nicht. Weil man kann während des Sports, beim Wäsche machen, bei der Spülmaschine einräumen, kann man sich doch Bücher anhören und Podcasts hören.